Nummer 10 Sally Diese Rapsstute geboren im Jahr 2019, sie ist 1,62 Meter im Stockmaß gemessen. Sie stimmt auf Funksecret, Don Federico, Weltmeier. Sally ist ein Damm- und Umsteigerpferd, wie es im Buch steht. Sie ist leicht rittig, mit besten Grundlagen in den Basisgangarten und hoher Leistungsbereitschaft ausgestattet. Auf der zweiten Generation ihres Mutterstamms ist Stella Della Nonna von Spöken S1 Sterne erfolgreich mit Gina Extra. Aus dem weiteren Mutterstamm sind die International S2 Sterne erfolgreichen Dressurpferde, Zarotti von Sandro Hit mit Franz Tierschberger und Dream of N von Dream of Glory unter dem Sattel von Vincent Morell Amat. Lot Nummer 10 Sally This Black Mare is born in 2019. She is 15.3, three quarters hands high. She is by secret, Don Federico, Weltmeier. Sally is a ladies and changeover horse, as it is written in the book. She is easy to ride, has the best foundations and the basic gaits and a high willingness to perform. She is a older sister, she is seriously Tiper night. She is very born in 2019. Vielen Dank.